Ist der andere denn noch weg? Kann ich ihn mir einmal ansehen? Kümmert euch um ihn, als sei er euer eigener Sohn. Er hatte gerade gar nichts im Ahnen. Ganz gleich, ob er in Königsmund oder sonst wo ist. Ich werde ihn töten. Egal, was ich dafür tun muss. Königsmund? Nun, es gibt etwas, das ich euch erzählen muss. Unser König ist tot. Die Stadt trauert. Oh. Stimmt. König Robert. Robert ist tot? Das ist unsere Chance, Valar zu töten, Alistair. Lass uns die Verwirrung nutzen und der Schlange den Kopf abtrennen. Es ist zu gefährlich. Königin Cersei hat die Herrschaft an sich gerissen. Und die neue Hand des Königs, Eddard Stark, versuchte ihr entgegenzutreten. Er wurde gefangen genommen. Seither rüsten sich die Lannisters für einen Krieg. Also werden die roten Mäntel dort sein. In der Tat. Sie wurden in der Stadt gesehen. Sie suchen und töten Angehörige des Hauses Stark, die mit Lord Eddard aus dem Norden gekommen waren. Ihr könnt dort nicht hin, Mylords. Die ganze Stadt wird bewacht sein. Das wäre Selbstmord. Ihr habt womöglich recht. Doch ich stimme Mors zu. Wir sollten das Chaos nutzen, das aus diesem Machtkampf entstanden ist. Wir können Valar ausschalten, bevor die Königin ihn zu einem Lord macht. Meister Alistair, ich flehe euch an. Keine Angst, Meister. Während der Rebellion hatten wir kniffligere Situationen zu meistern. Damals nannten uns unsere Feinde das zweischneidige Schwert. Lasst uns ihnen zeigen, dass unsere Klingen noch immer scharf sind. Einverstanden. Weder die Goldröcke noch die Blutsucher können uns davon abhalten, diesen Mistkerl umzubringen. Ganz wie in den alten Tagen. Unberechenbar und tödlich. Aber was machen wir mit dem Kind? Hm. Was würdest du mit dem Kind machen, Mors? Es läuft Gefahr, sein Leben lang davonlaufen zu müssen. Ich hatte daran gedacht, ihn in die freien Städte zu schicken, so wie ich es für Janna geplant hatte. Dort wird ihn niemand finden. Dann weiß ich, wer dir helfen könnte. Er befindet sich in Königsmund. Von wem sprichst du? Lord Varys. Er ist der Einzige, der das Kind in Sicherheit bringen kann. Die Spinner. Ich traue ihm nicht. Hätte er mir nicht geholfen, wäre ich jetzt tot, Mors. Er ist auf unserer Seite. Aus mir unbekannten Gründen will er Valar ebenfalls tot sehen. Glaube mir, mein Freund, im Moment ist er unser bester Verbündeter. Und vielleicht auch einziger. Aber wenn wir das Kind mit uns nehmen, hält es uns auf. Wohl wahr. Valar wird die Stadtwache wahrscheinlich angewiesen haben, Ausschau nach uns zu halten. Ich denke, es wäre das Beste, wenn das Kind mit Harwin nach Königsmund reist. Wenn sie einen anderen Weg nehmen, erregen sie weniger Aufmerksamkeit als wir. Valar hat mit Sicherheit ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt. Könnt ihr das für uns erledigen, Meister? Könnt ihr das Kind in die Stadt bringen? Wir würden zahlreiche weitere Risiken auf uns nehmen. Aber ja, selbstverständlich. Ich bin fest entschlossen, euch dabei zu helfen, Flussrat zu retten. Sobald wir uns innerhalb der Mauern befinden, können wir uns in der Jarmies Töpferwerkstatt treffen. Wisst ihr, von wem ich spreche, Meister Harwin? Ja, ich habe verstanden. Das ist in der Tat ein sicherer Zufluchtsort. Weit ab von neugierigen Blicken. Bist du mit diesem Plan einverstanden, Morse? Klar. Es rede ich aber je nicht. Ich habe kein Problem damit. Wenn du ihm vertraust, werde ich das ebenfalls tun. Sollte etwas schief gehen, kann mein Hund die Fährte des Meisters aufnehmen. Dann beschützt dieses Kind wie euer eigenes Leben, Meister. Und wenn wir es nicht schaffen, liegt es an euch, das Kind in die freien Städte zu bringen. Sehr wohl, Sir Westfort. Damit ist es beschlossene Sache. Es ist an der Zeit, dass Valar bezahlt. Einen Moment. Ich muss euch vor Valar warnen. Ich habe einige Erkundigungen über ihn eingeholt, nachdem, was während des Duells geschah. Euer Halbbruder ist in schwarzer Magie bewandert, mit deren Hilfe er Schatten herbeirufen kann. Es ist eine verbotene und tödliche Kunst. Das hatten wir vermutet. Was genau habt ihr herausgefunden? Leider konnte ich keine zusammenhängenden Informationen beschaffen. Alles, was wir wissen, haben wir von einem Zaubererorten aus Aschai am Schatten. Offenbar können diese Schatten nur Befehle ausführen, wie zum Beispiel ein bestimmtes Ziel zu töten. Diese Schatten können wohl durch Mauern gehen, aber es ist möglich, sie davon abzuhalten, ihren Auftrag auszuführen. Das würde erklären, was Harlton zugestoßen ist. Valars Schatten konnte die Verteidigung in der Festung durchdringen. Tja, aber wie kriegen wir die tot? Was habt ihr sonst noch herausgefunden? Sie sagten, dass man für diese Art von Magie mit seinem eigenen Blut bezahlen müsse. Jedes Mal, wenn der Zauber gesprochen wird, muss der Anwender dafür bezahlen. Auf diese oder jene Weise. Das erklärt, warum er bei Harlton's Festung schwächer schien. Als wir uns duellierten, war er stärker. Das sind gute Neuigkeiten. Denn das bedeutet, dass er nicht viele dieser Schatten herbeizaubern kann. Trotzdem müssen wir vorsichtig sein. Schatten hin oder her, Valar wird durch mein Schwert sterben. Ich werde nicht noch einmal auf seine Zaubertricks hereinfallen. Aber wir werden scheitern, wenn wir unseren Feind nicht kennen. Alles, was wir wissen müssen, ist, wie man diese Schatten töten kann. Der Rest ist nicht so wichtig. Das ist das Problem. Es wird gesagt, dass die Schatten körperlos sind. Wenn dem so ist, dann werden wir sterben. Wir finden schon noch früh genug heraus, was an diesen Geschichten dran ist. Ich werde diesem Schwein einfach die Kehle aufschlitzen. In dem Duell hatte ich ihn fast. Es ist völlig egal, ob seine Hexerei mich danach tötet. Nun gut, ich denke, wir haben an alles gedacht. Wir brechen morgen bei Tagesanbruch auf. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Noch eine Sache, Me Lords. Während eurer Abwesenheit traf ein Rabe mit einer Nachricht für Sir Westford ein. Ein Rabe? Ihr könnt auf der Suche nach mir sein. Die Nachricht ist mit einem schwarzen Siegel versehen. Die Nachtwache hat wahrscheinlich Wind davon bekommen, dass ihr hier bei uns seid. Okay. Achso, das ist das. Jenseits der Mähenge, das ist ja was ganz anderes. Das ist die Halbhand. Okay, Wildklinge, jede Menge. Korin, okay. Wee, Level Up. Und Mors auch? Hat Mors auch ein Level Up? Hm, gucken wir mal. Und noch mehr Quests? Nicht zu wild? Hm. Hm, 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 hm. Machen wir auch mal. Mal wieder Wildlinge töten, das klingt doch super. Sonst noch was? Okay, nur Alistar hat ein Level Up. Mors nicht, warum nicht? Hä? Doch, hat er auch. Harvins Geruch. Aber das Level Up ist irgendwie nicht angekommen. Komisch. Gut. Ist ja auch egal. So, was hat Relor für mich übrig? Ähm. Das ist... Das mach ich einfach mal. Und... Bla. Blub. Streitkolben, machen wir auch mal volle Pulle. Leibwechsler, so. Was kann Fifi? Okay, das verursacht Belutung. Hier hab ich eh alles. Mehr Schaden bei Belutung. Zack. Alistar kriegt hier dann aber keine Punkte, oder? Doch. Hätte ich da wohl. Dann hab ich mir das eingebildet. Was ist das? Schnellfeuern erhöht die Angriffsgeschwindigkeit. Augenlicht zu rauben, das ist praktisch. Und... Meister des Fernkampfes. Dedeh. Okay. Dann würde ich mal sagen, ab zu... Wie heißt er? Zur Nachtwache. Ich weiß. Ich weiß. Das ist jetzt wieder eine Sidequest. Bla, 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 bla. Die wir eigentlich gar nicht machen wollen. Das mit dem Anwerben hat ja irgendwie schon noch gar nicht funktioniert. Oder? Ist das abgeschlossen? Nee. Kann ja nicht. Das ärgert mich ja so ein bisschen, dass das irgendwie nicht fertig ist. Aber ich hab im Kerker ja keinen gefunden. Von daher... Weiß ich auch nicht... Wie das... Plötzlich, äh... Ja. Ich konnte es einfach nicht beenden. Und ich weiß nicht, wieso. Kein Plan. Das war... Ich hab ja alles mir angeguckt. Aber da war ja keiner im Kerker, den ich hätte noch... Über reden können. Vielleicht war er ja im falschen Kerker. Werden wir wahrscheinlich auslachen, weil ich ja so doof war und es nicht gesehen hab. Aber... Dazu ist es jetzt. Oder? Dazu ist es noch nicht zu spät. Ich kann immer noch... Anwerben. In den Tunnel von Nullwarft. Im Roten König... Im... Roten Bergfried. Guck mal, da hab ich da noch voll die Chancen. Und hier hab ich noch... Ach, ich wollte ja noch weiter unten gucken. Sorry. Okay, alles andere ist weit abgeschlossen. Dann auf zur Nachtwache. Die Leute immer noch... Ach, guck mal, da stehen die immer noch. Das ist ja einfach jetzt. Milord, die Männer, die wir während der Aufstände gefangen genommen haben... Interessant. Du bleibst hier, Soldat. Ich schicke alle zu dir, die einverstanden sind, das Schwachze... Du solltest dich nicht damit aufhalten. Danke. Gerne, mein Freund. Kann ich jetzt irgendwie nie ansprechen? Nein, kann ich nicht. Okay. Neue Chance. Neu... Alles für den Kerker nochmal zu machen. Jetzt geh ich nämlich nochmal in den Kerker kommen. Jetzt hab ich mich gerade darüber beschwert, dass ich das nicht gemacht habe. Jetzt hab ich die einmalige Gelegenheit. Weil die da immer noch rumstehen. Jetzt geh ich nochmal in den Kerker rein. Diesmal geh ich aber hier rum. Über den... Ich guck einmal über den Geheimweg, ob man da herkommt. Über der... Genau. Der komische Hof mit den komischen Priestern. Und hier war doch so ein Geheimgang. Um irgendwo reinzukommen. Aber ich weiß nicht, kommt von hier aus heute rein? Ne, natürlich nicht. Wäre auch zu einfach gewesen. Ich hätte eigentlich auf die Karte gucken können, ne? Auf der Karte keine Tür ist, dann komme ich doch nicht rein, logischerweise. Das war ja wieder schlau. Ist alles voller Leichen. Zum Götterhain. Der Hain der Götter. Da sind unsere Priesterfreunde. Denen kann ich mal shoppen gehen. Beim Robin. Pech und Öl. Entzündbares Öl. Zack. 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass euer Gegner jedes Mal, wenn er euch eingreift, für 10 Sekunden den Status entzündbar aufweist. Was ist entzündbar dann? Davon brennt der aber immer noch nicht. Ist außerdem viel besser als meine. Wenn ich das mal so sagen darf. Erkenntnis-Siegel. Ich sollte erstmal... Ach Quatsch. Jedes Mal. Meine Güte. So, Klamotten, Klamotten. Ah, schick. Feini. Was haben wir denn hier? Stiefel. Die sind besser. Die Ritterstiefel. Die sind auch deutlich besser. Die Ritterhandschuhe. Viel mehr habe ich gar nicht zur Auswahl. Die sind... Gott sei Dank. Die sind... Um Gottes Willen. Na gut. Machste nix. So, was habe ich gerade an? Den Sarvik-Bogen. Den werde ich sowieso nichts besseres finden. Aber für Moors habe ich aktuell den Sturmbrecher. Mit 54,3. Hm. Das kann ich alles nicht gebrauchen. Der Rest kann alles weg. Machen wir ein bisschen Geld beim Robin. Dumm-Di-Dum-Di-Dum-Di-Dum. Die Dumm. Die Dumm. Das war's schon wieder. Ich spreche nochmal mit dem. Seid ihr wieder hier? Meister Dinho. Die Stadt musste noch mehr Unheil erdulden, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Wie ist es euch ergangen? Die Menschen sind bekümmert über die Machtübernahme durch euren Halbbruder. Aber es ist auch genau diese Prüfung, die unsere Reihen vor unseren Augen erstarken lässt. Wenigstens eine tröstliche Neuigkeit. Seit kurzem werden die öffentlichen Gebete und die Prozessionen der Roten Priester mit mehr Wohlwollen gesehen. Das freut mich zu hören. Ich wollte daher um euren Rat bitten. Wir konnten zwei Blutsucher festnehmen, die in der Stadt gewütet haben. Ich habe überlegt, ob ich ihnen die Wahl zwischen dem Scheiterhaufen oder den leeren Rollors gebe. Wir könnten die Zeremonie nutzen, die wir in den nächsten Tagen geplant haben und bei der die Statuen der Sieben geopfert werden sollen. Machen wir. Nur zu. Dieses Opfer dürfte Rollor zufriedenstellen. Hoffen wir, dass er uns die Unterstützung gibt, die wir brauchen. Sehr wohl. Was haben wir denn da? Money. Money. Wann geht's hier? In den Tunnel von Flussrat. Und da geht's... Okay, in den Eigentlichen. Aber ich will ja da unten rein. Uh. Die Tunnel von Flussrat. Und es lädt, und es lädt, und es lädt sich einen Wolf. Und ich suche immer noch den... Hier ist der Kerker. Aber in diesem verdammten Kerker ist niemand drin, der... Anwerber für die Nachtwache werden will. Ich kapier's nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Hier ist doch sonst niemand. Den ich noch überreden könnte. Hier sind nur noch... Eine Million Gräber. Die mir nichts bringen. So, Kerker. 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 Vielen Dank.